Derby-Time in der Landesliga. Des Capredris empfängt im Römerstadion den Nachbar aus Koblach. Aber hoppala, was ist denn da los? Abtasten für die beiden Mittelständler, ein Fremdwort. Munterer Auftakt in die Partie. Kein Team will im Derby früh in Rückstand geraten. So entwickelt sich ein offener Schlagabtausch im Mittelfeld mit leichten Vorteilen für die Gäste. Zum ersten Mal nach einem Treffer riecht es in Minute 23. Doppelschoss für den FCK. Raphael Martin zieht ab. SKB-Keeper G2 kann nur kurz abwehren. Aber ui ja, putzt das Ding. Vor dem einschussbereiten Karatei von der Linie. Die Kugel bleibt weiter hot. Madlena neuerlich auf Karatei. Dessen Heber klatscht vom Aluminium ins Feld zurück. Die Gäste erhöhen die Schlagzahl und kommen in der 36. Minute zur nächsten Möglichkeit. Sarge in die Schnittstelle für Ötzmen. Der lässt noch Semercio aussteigen. SKB-Gole Gito verhindert mit Fußabwehr die Koblacher Führung. Es bleibt beim 0 zu 0. Hinein in den zweiten Spielabschnitt. Schneller Koblacher Angriff über die linke Seite. Die Situation scheint bereits geklärt. Raffi Martin setzt nach, schnappt sich die Kugel, legt ideal auf Dursun Karatei zurück. Der Ex-Profi lässt sie nicht zweimal bieten und schiebt die Kugel zum 0 zu 1 ins lange Eck. Die Kirchmann-Truppe kontrolliert das Spiel, hat die Partie im Griff, hat aber auch das Glück des Tüchtigen. 66 Minuten im Römerstadion gespielt. Eckball für den SK Predris. Tobias Hartmann bringt das Ding ideal zur Mitte. Der aufgerückte Abwehrchef, Jack Mack, steigt hoch, setzt den Kopfball aber um Zentimeter über den Gästekasten. Kurzes Aufflackern der Heimischen. Die Koblacher weiter im Vorwärtsgang, machen Druck, drängen auf die Entscheidung. 72 Minuten sind von der Uhr. Karatei mit dem weiten Zuspiel auf Ötzmen. Der wieder zurück auf Karatei. Ballannahme mit rechts, Abschluss mit links und die Murmel zappelt zum 0 zu 2 im Netz. Doppelpack bereits der siebte Saisontreffer für den Koblacher Angreifer. Damit war die Nummer eigentlich durch. Nur eine Minute später ist der Käse dann aber endgültig gegessen. Doppelschlag für die Gäste. Die Bresner Defensive lädt zum Tore schießen. Matt mit dem Feldpass auf The Man of the Match, Dorson Karatei. Weiter auf Ötzmen. Und der schiebt die Kugel locker zum 0 zu 3 zur endgültigen Entscheidung ins Netz. Noch sind drei Minuten zu spielen. Der FC Koblach hat noch nicht genug. Meier auf Karatei. Der zieht aus Elfmetern ab. Und der beste Bresner, Keeper Cito, verhindert mit einem Reflex den Karatei-Hattrick im Römerstadion. Mit diesem glatten Erfolg überholt der FCK den SK Bredris in der Tabelle und hat den Anschluss ans Mittelfeld gefunden. Talibor Milicevic, 3 zu 0, Niederlage im Derby gegen Koblach. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, völlig verdiente Sieg eigentlich von Koblach. Wir sind von Anfang an nicht so richtig im Spiel gekommen. In Zweikämpfe sind wir nicht einmal in der Linie gegangen. So richtig schweigen von Gewinnen. Und ja, heute waren wir einfach nicht präsent. Und wir waren, abgesehen von den ganzen Verletzten und der Kranke, wo wir jetzt die Woche kamen, aber es ist keine Entschuldigung. Es war kein gutes Spiel von uns. Aber trotzdem, Kopf hoch in Bredris und es geht weiter, oder? Ja, selbstverständlich. Darum ist der Fußball interessant, weil es gibt Woche für Woche immer eine Möglichkeit, sich neu zu präsentieren und neu zu beweisen. Und ja, nächste Woche geht es weiter. Stefan Kirchmann, strahlt 3 zu 0, Sieg im Derby gegen Bredris. Vieles richtig gemacht am heutigen Tag, oder? Ja, wir haben vieles richtig gemacht. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Es war nicht alles so, wie wir es uns vorgenommen und vorgestellt haben, aber schlussendlich zählen die drei Punkte, wieder zu null gespielt. Und mit dem Ergebnis sind wir glücklich. Aber ein Unterschied durch so einen Karatei, oder? Ja, wir wissen, welche Qualität er hat und dass er unsere Mannschaft besser macht. Wenn wir ihn richtig insetzen und ihn in die richtige Situation bringen, dann ist er immer noch ein super Spieler, gerade für diese Liga. Und nein, sind wir froh, dass wir ihn dabei haben. Bredris überholt jetzt. Jetzt geht es nach vorne, oder? Ja, es war wichtig. Wir hatten kein guter Start. Darum waren die letzten Spiele für uns oben in Thal wichtig. Den haben wir jetzt gut umgebracht. Wir haben jetzt aus den letzten drei Spielen sieben Punkte gemacht, jetzt mal zu null gespielt und auf dem können wir aufbauen. Jetzt werden wir natürlich mehr, das ist klar. Alles Gute weiterhin. Danke dir. Dankeschön.